Es gibt Schwimmbadbesitzer, die sich mit Hingabe der Wasseraufbereitung widmen. Analysieren, rechnen, abmessen und dosieren, wiederprüfen und korrigieren und... Lohn der Mühe ist meist ein sauberes, hygienisch einwandfreies Wasser. Die Mehrzahl aber will aus der Wasserpflege keine Wissenschaft machen. Wichtiger als Chlorgehalt, Algenwuchs und Wassertrübung sind Fitness und Spaß im Nass. Man wünscht sich eigentlich nichts mehr als die Wunderpille für die Wasserpflege. Eine Minitablette, die alles kann und das auch noch möglichst lange. Wir wissen, dass die Chemie des Wassers Grenzen setzt. Aber warum sollten wir den Kunden wünschen, nicht so nah wie möglich kommen? Voilà, Bayrol präsentiert Ihnen heute den Multi-Block. Das Multitalent für die perfekte Schwimmbadwasserpflege. Der Multi-Block ist die Komplettpflege aus einer Dose. Er schafft Hygiene durch laufende Desinfektion des Wassers. Er hält das Wasser frei von Algenwachstum. Und macht das Wasser kristallklar durch Ausfiltern von Trübstoffen. Mit dem Multi-Block ist die Pflege spielend einfach. Alle Wirkstoffe für gut 30 Kubikmeter Wasser sind bereits in der Dose enthalten. Die Zugabe in den Skimmer ist bequem und nur alle 14 Tage nötig. Nach dem pH-Wert-Check nimmt man den Deckel ab und stellt den Multi-Block in den Skimmer. Eine Sache von Sekunden. Die blaue Tablette löst sich schnell auf. Das enthaltene Flockmittel setzt sich oben auf den Sandfilter und bildet eine zusätzliche Sperrschicht. Das heißt, der Filter wird angeschärft. Durch die verbesserte Filterleistung können jetzt kleine Schmutzpartikel, die normalerweise den Filter passieren würden, zurückgehalten werden. Komponente 2 in der blauen Tablette verhindert Algenwachstum. Die ideale Ergänzung der blauen Tablette ist die in die Dose eingepresste weiße Tablette. Das Geheimnis der extrem langsamen und gleichmäßigen Auflösung dieser Kombitablette ist auch ein Bayrol-Patent. Trichlor, ein synergistisch wirkender Zusatzstoff und ein spezieller Lösungsverzögerer bauen ein Desinfektionsdepot auf, das auch mit stärkeren Belastungen. Locker fertig wird. Was lag näher, als die 14-tägige Auflösedauer der weißen Tablette durch Zugabe von Alusulfat für die Dauerflockung zu nutzen? So setzt der Multi-Block mit der Zwei-Stufen-Flockung, das heißt Kombination von Filteranschärfung und Dauerflockung, neue Maßstäbe. Die negativ geladenen Schmutzteilchen werden durch die positiv geladenen Aluminium-Ionen neutralisiert und eingehüllt. Durch diesen Agglomerationseffekt können alle Kleinstpartikel, die das Wasser trüben und die Aufbereitung belasten, durch den Filter zurückgehalten werden. Mit dem nächsten Rückspülen sind sie verschwunden. Genug der Theorie. Für den Erfolg des Multi-Block ist entscheidend, welche Vorteile für den Anwender konkret erkennbar sind. Der Produktentwicklung gingen ausgedehnte Kundenbefragungen und Praxistests voraus. Die Multi-Block-Plus-Punkte treffen genau die Wünsche nach unkomplizierter, zuverlässiger Wasserpflege. Mehr als drei Viertel aller befragten Schwimmbadbesitzer äußerten starkes Interesse an einem Kombiprodukt für Desinfektion, Algenverhütung und Flockung. Nach einem mehrmonatigen Praxistest im eigenen Schwimmbad sollten die Anwender großes Lob für die Handhabung, die Wasserqualität und die Dosierung. Uns hat das nicht überrascht, denn der Multi-Block schlägt drei Fliegen mit einer Klappe. Er enthält alles, was Schwimmbadwasser braucht, ohne umständliches Hantieren und Dosieren. Der Multi-Block hat Kondition, denn er verdoppelt die üblichen Dosierintervalle auf zwei Wochen. Ein Handgriff genügt. Deckel ab und die Dose in den Skimmer. Das geht schnell, ist praktisch und die Finger bleiben sauber. Die überlegene Wirkstoffkombination garantiert leichtbleibend brillant klares Wasser und ein Plus an Hygiene. So ist der Multi-Block ideal für alle Schwimmbadbesitzer, die entweder seit Jahren nach der klassischen Methode mit Chlorilong und Desalgin arbeiten oder als Newcomer die leicht verständliche, bequeme und unter allen Umständen funktionierende Wasserpflege schätzen. Der Multi-Block ist ein Allround-Talent und eignet sich für jede Art und Größe von Schwimmbecken mit Sandfilter. Da er auch mit allen gängigen Aufbereitungsmethoden einsetzbar ist, ist der Multi-Block ebenso ideal für die Urlaubspflege. Wer schon einmal nach dem Urlaub den Pool grün und trüb vorgefunden hat, weiß um den Vorteil, wenn das Wasser trotz längerer Abwesenheit klar und sauber bleibt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017